Musik Haben Sie jemals die Schönheit und Handwerkskunst eines handgefertigten Möbelstücks bewundert und sich gefragt, was es braucht, um ein solches Meisterwerk zu schaffen? Die Antwort liegt in den Werkzeugen, die der Holzarbeiter verwendet. Von Handhobeln, mit denen Sie dünne Holzschichten abschaben können, um ein glattes Finish zu erzielen, bis hin zu Meißeln, mit denen Sie kompliziertes Design erstellen können. Diese Werkzeuge haben sich bewährt und sind nach wie vor ein Grundnahrungsmittel in der Holzbearbeitungsbranche. Entdecken Sie mit uns zwölf unverzichtbare Holzbearbeitungswerkzeuge, die Ihr Handwerk zu neuen Höhen führen werden. Woodpecker's Edge Rule Die Woodpecker's Edge Rule ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Holzarbeiter oder Zimmermann. Dieses Präzisionsmesswerkzeug wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, die genauesten Messungen für Ihre Holzbearbeitungsprojekte zu erhalten. Dieses Werkzeug besteht aus gehärtetem Edelstahl, der seine Haltbarkeit und Langlebigkeit garantiert. Das Kantenlineal ist 1,5 Zoll breit und 12 Zoll lang und verfügt über eine präzise 90-Grad-Kante mit geätzten Markierungen in imperialen Einheiten auf der einen Seite und metrischen Einheiten auf der anderen Seite. Das Kantenlineal hat auch eine praktische lasergravierte Skala, die leicht zu lesen ist und sich mit der Zeit nicht abnutzt. Das aus hochwertigem Aluminium gefertigte Kantenlineal ist auf Langlebigkeit ausgelegt und hält der starken Beanspruchung in jeder Werkstatt stand. Veritas Tools Miterplane Veritas Tools Gärungshobel ist ein Spezialwerkzeug, das sich perfekt für Holzbearbeitungsprojekte eignet, die präzise und genaue Schnitte erfordern. Seine Präzision, Benutzerfreundlichkeit und Haltbarkeit macht es zu einem Muss für jeden ernsthaften Holzarbeiter, der bei seinen Projekten Ergebnisse auf professionellem Niveau erzielen möchte. Es besteht aus langlebigen Materialien wie duktilem Gusseisen und Bronze und verfügt über einen Bettwinkel von 20 Grad, der ideal für die Arbeit mit Harthölzern ist. Die Abmessungen dieses Gärungshobels sind zwei und ein halb Zoll breit und eins und ein halb Zoll hoch, mit einer Klinge, die eins und ein Viertel Zoll breit und drei Sechzehntel Zoll dick ist. Es wiegt außerdem angenehme 1,3 Pfund und ist daher während des Gebrauchs leicht zu handhaben. Bosch KS3000 Circle Jig Die Bosch KS3000 Circle Jig ist ein innovatives Holzbearbeitungswerkzeug, mit dem Sie mühelos perfekte Kreise und Bögen erstellen können. Dieses Werkzeug ist mit der Kreissäge GKS 190 von Bosch kompatibel und für die Arbeit mit jeder standardmäßigen 16 mm Gewindeführungsbuchse ausgelegt. Die Schablone kann an jeder Bosch Stichsäge befestigt werden, was sie zu einer großartigen Ergänzung für jedes Werkzeugset eines Holzarbeiters macht. Die Abmessungen der Vorrichtung betragen 12,6 x 8,7 x 2,4 Zoll und sie wiegt etwas mehr als 1 Pfund. Woodpecker's Edge Corner Plane Der Woodpecker's Edge Corner Plane ist ein einzigartiges Holzbearbeitungswerkzeug, das für präzise Schnitte auf engstem Raum entwickelt wurde. Es ist perfekt zum Trimmen der Kante eines Bretts oder zum Erstellen einer Phase an einer Ecke. Es verfügt über eine 2 und 3,8 Zoll breite Klinge aus A2-Werkzeugstahl, die zu einer rasiermesserscharfen Kante geschliffen und auf 25 Grad eingestellt ist. Der Körper des Flugzeugs ist aus Flugzeugaluminium gefertigt und hat eine Länge von 4,5 Zoll und eine Breite von 2,75 Zoll. Der Edge Corner Plane hat eine kleine Klinge, die zur Seite des Werkzeugs abgewinkelt ist. So können Sie Schnitte bis an die Plattenkante ausführen, ohne dass die Klinge mit der angrenzenden Fläche in Kontakt kommt. Lamello Invis MX2 Mit dem Lamello Invis MX2-Werkzeug können Sie zwei Holzstücke ohne sichtbare Verbindungselemente miteinander verbinden. Das bedeutet, dass Sie ein nahtloses Finish schaffen können, das nicht nur schön, sondern auch unglaublich stark ist. Die Produktionsmessungen betragen 50 x 35 x 30 mm, wodurch es kompakt und einfach zu handhaben ist. Das Werkzeug kann Schlitze bohren, Einsteckschlösser herstellen und starke und unsichtbare Verbindungen herstellen. Es ist mit einer Reihe von Holzmaterialien und Stärken kompatibel und sein Design ermöglicht eine schnelle und einfache Anpassung. Proxxon Scroll Saw Die Dekopiersäge von Proxxon ist ein erstklassiges Werkzeug, das sich perfekt für Holzarbeiter aller Erfahrungsstufen eignet. Es wurde entwickelt, um eine Vielzahl von Materialien, einschließlich Holz, Kunststoff und Metall, mit unglaublicher Genauigkeit und Detailtreue zu schneiden. Dies macht es ideal für die Erstellung komplizierter Designs und detaillierter Muster, sowie für präzise Schnitte in einer Vielzahl von Materialien. Es hat ein kompaktes Design und misst 20 Zoll in der Länge, 12 Zoll in der Breite und 6 Zoll in der Höhe. Die Säge verfügt über einen 90-Watt-Motor, der variable Geschwindigkeiten von bis zu 1400 Hüben pro Minute erreichen kann. Evolution Chop Saw Die Evolution Chop Saw ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Schneidwerkzeug, das entwickelt wurde, um eine Vielzahl von Materialien, einschließlich Metall, Holz und Kunststoff, schnell zu bearbeiten. Es verfügt über einen 15-Ampere-Motor und eine 14-Zoll-Klinge, wodurch es schnell und einfach präzise Schnitte ausführen kann. Die Produktabmessungen betragen 21,7 x 29,9 x 17,3 Zoll und es wiegt etwa 55 Pfund. Der Preis der Evolution Chop Saw variiert je nach Händler und Standort, kostet aber im Durchschnitt etwa 230 Dollar. Crack Bench Champ Base Die Crack Bench Champ Base ist ein unverzichtbares Werkzeug für Holzbearbeitungsenthusiasten, die die Genauigkeit und Präzision ihrer Arbeit erhöhen möchten. Die Clam Basis ist so konzipiert, dass sie mit jeder Crack Bank Klemme funktioniert und mit einer Vielzahl von Materialien verwendet werden kann, einschließlich Holz, Metall und Kunststoff. Die Abmessungen der Crack Bench Clamp Base betragen 8,5 x 5,5 x 3,5 Zoll, wodurch sie kompakt genug ist, um sie leicht zu lagern und zu transportieren. Das Produkt wiegt 1,35 Pfund, wodurch es leicht und einfach zu handhaben ist. Die Basis verfügt über ein rutschfestes Pad, das ein Verrutschen und Verrutschen beim Klemmen verhindert und sicherstellt, dass ihre Materialien während des gesamten Projekts an Ort und Stelle bleiben. Die Basis hat auch einen um 360 Grad drehbaren Kopf, mit dem sie ihre Klemme in jede gewünschte Richtung positionieren können. FlexCut Carving Tool Das FlexCut Schnitzwerkzeug ist ein hochwertiges Schnitzwerkzeug, das sich ideal für Holzarbeiter aller Erfahrungsstufen eignet. Es ist einfach zu bedienen und bietet außergewöhnliche Leistung und Präzision. Das Werkzeug verfügt über eine haltbare Klinge aus Kohlenstoffstahl, die scharf und langlebig ist, und verfügt über einen bequemen ergonomischen Griff, der leicht zu greifen ist und eine hervorragende Kontrolle bietet. Die Abmessungen des FlexCut Schnitzwerkzeugs betragen 6,5 x 1,5 x 1 Zoll und es wiegt nur 2,4 Unzen, wodurch es leicht und einfach zu handhaben ist. Das Werkzeug ist in verschiedenen Klingenstilen und Größen erhältlich, wodurch es vielseitig und für eine Vielzahl von Holzbearbeitungsanwendungen geeignet ist. Es besteht aus hochwertigem Kohlenstoffstahl, der wärmebehandelt und gehärtet wird, um seine Schärfe und Haltbarkeit zu erhalten. Die Klinge ist außerdem auf Hochglanz poliert, sodass Sie mühelos präzise und saubere Schnitte erzielen können. Draper Tools Venom Handsauce Venom-Handsägen von Draper Tools sind Präzisionswerkzeuge zum Schneiden durch verschiedene Arten von Materialien, einschließlich Holz, Kunststoff und Metall. Sie verfügen über eine hochwertige Klinge aus Kohlenstoffstahl mit einem scharfen, dreifach geschliffenen Zahnmuster, das saubere und schnelle Schnitte ermöglicht. Eines der herausragenden Merkmale von Venom Handsägen ist Ihr aggressives Zahndesign, das es Ihnen ermöglicht, Holzblitz schnell zu durchtrennen. Dieses Design bedeutet auch, dass die Säge weniger Kraftaufwand erfordert, um Holz zu durchtrennen, wodurch die Ermüdung verringert wird und Sie länger ohne Beschwerden arbeiten können. Die Venom Handsägen sind in verschiedenen Größen erhältlich, von 350 mm bis 550 mm Länge mit unterschiedlichen Zähnezahlen pro Zoll, TPI, wodurch sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. Besse XCRG Handclamps Die Besse XCRG Handklemmen sind ein unverzichtbares Werkzeug für jedes Holzbearbeitungsprojekt. Diese Spanner verfügen über ein patentiertes Schienensystem, das die Backen jederzeit parallel hält und so einen perfekten Halt am Werkstück gewährleistet. Die Klemmen haben auch einen komfortablen ergonomischen Griff, der eine maximale Kontrolle ermöglicht und die Ermüdung der Hand bei längerem Gebrauch reduziert. Die Abmessungen der Klemmen betragen 14,6 x 7,3 x 2 Zoll und sie wiegen jeweils etwa 1,2 Pfund. Die Klemmen haben eine maximale Öffnungskapazität von 2 und 3,25 Zoll und eine Ausladungstiefe von 2 und 3,8 Zoll. Diese Klemmen sind unglaublich leistungsstark, mit einer Klemmkraft von bis zu 600 Pfund. Das bedeutet, dass sie große Holzstücke problemlos zusammenhalten können und sie stabil halten, während sie arbeiten. Miles Craft Push Stick Workshop Safety Tool Das Miles Craft Push Stick Workshop Safety Tool ist ein Muss für jeden Holzbearbeitungsenthusiasten oder Profi. Das Werkzeug ist 10,8 Zoll lang und 2 Zoll breit und bietet ausreichend Platz, um das Werkzeug zu greifen und nach Bedarf zu manövrieren. Es ist auch aus strapazierfähigem Kunststoff gefertigt, wodurch sichergestellt wird, dass es häufig im Gebrauch standhält, ohne mit der Zeit zu zerbrechen. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um ihre Sicherheit beim Arbeiten mit einer Tischkreissäge, einem Frästisch oder einem anderen Holzbearbeitungswerkzeug zu gewährleisten, das einen Schiebestock benötigt. Es hat einen bequemen Griff, der einen sicheren Halt während der Arbeit gewährleistet. Der Griff ist ebenfalls verstellbar, sodass Sie die Position des Schiebestocks an Ihre persönlichen Vorlieben und die Anforderungen der jeweiligen Aufgabe anpassen können. Wenn Ihnen das Video gefällt, schauen Sie sich dieses Video an. Zwölf unglaublich fortschrittlichste Werkzeuge der Welt.